Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play und zwar spielen wir jetzt Combat Arms Line of Sight. Das ist die Fortsetzung des wohlbekannten Free-to-Play-Shooters Combat Arms von dem Publisher Nexon. Wer es nicht kennt, kann sich da ja mal so ein bisschen reingucken. Ich habe schon mal so ein bisschen getestet, wie das performance-technisch läuft, weil das ist im Moment noch in der Open, nee, in der Closed Beta, nicht Open Beta, das kommt jetzt noch. Und ja, wie man sieht, hat man hier im Lock-in-Screen gleich seinen Charakter. Am Anfang konnte man sich aussuchen, ob man mit einer M4A1 oder einer AK-47 starten will. Ich meine, ich prefere ja lieber die M4A1 und wir haben uns hier auch schon einen kleinen Schalldämpfer drauf gebastelt. Ich kann das mal ganz kurz zeigen, das finde ich relativ cool. Tada! Und hier kann man sich dann... Na, aber da gucken wir später auch nochmal... Loil, okay. Da gucken wir später nochmal, äh... Upsala, drauf. Jetzt würde ich sagen, will ich erstmal eine Runde zocken. Was mache ich hier dann jetzt? Ja. Ich bin sicher. Ich muss sagen, das läuft bis jetzt eigentlich relativ flüssig. Und ja, wir spielen einfach mal eine Runde. Elimination. Von dem Spielprinzip hat sich nicht wirklich was geändert, ist eigentlich alles beim alten geblieben. Die gleichen Spielmodi gibt's... Auch alle in Combat... Loil. In dem normalen Combat Arms. Ich glaube, mein Sound ist gerade... Da habe ich dann noch ein bisschen zu leise eingestellt. Eben war das nämlich so hart laut... Das dann doch wieder ein bisschen hochstellen. Und auch so die Maps, so wie die aussehen, das erinnert doch schon stark an dem ersten Combat Arms. Und auch wie die Spielfiguren sich bewegen. Und die Sounds. Nur falls ich jetzt gerade nicht von meiner... Ach nee, die Sounds sind auch normal geblieben. Huch. Aber eigentlich klassisch, das ist ein Play-Soup-Soup. Ohne vier... Ge-Aime, nicht so wie CSGO. Einfach draufhalten, rausschießen, killen. Oder gekillt werden. Oh, das war... Das war nicht so schlau. Aber finde ich einen guten Schritt... Mal... Das Game so zu abholen, wenn wir mal neun Teile... Oh shit, Alter, da habe ich halt kassiert. Und nicht das einfach so lange laufen lassen tut. Alter. Ja, und was hier ganz... Das kann man jetzt mögen oder nicht. Es gibt halt diese Special- Ich muss das zeigen, ja. So Special... Ja... Moves, die man machen kann. Das gab's bei Combat Arms jetzt nicht. Oh. Von wo denn? Da werden... Da werden sicher wieder geteilte Meinungen drüber sein. So was gab's in Combat Arms 1 aber ja nicht. Warum haben die jetzt so ne Kacke hingeführt? Aber wer das überhaupt nicht mag, der kann sich auch ein Lobby-Bestand nehmen lassen. Nicht ins... Boah, das ist schon... Boah, da kassierst du hart. Aber man kann hier auch mal rumlaufen, sehe ich gerade. Ja, wie gesagt, es ist noch in der Close-Beta. Das ist ja alles hier. Ja, so Test. Das war ein... ...Tray-Game, oder? Ich kriege jetzt einen Triple-A-Shooter. Ja, warte, den kann ich hier sowieso schon gleich enttäuschen. Oh, scheiße. Aber verglichen zum ersten Teil hat sich schon etwas getan. Oh, jetzt habe ich hier, zack, einen Double-Kill gemacht mit der Fähigkeit. Das ist schon mal witzig. So, Multi-Kill. Du wirst ja natürlich im ersten Teil auch... ...und ja, selbst der Announcer hat sich nicht mal geändert. Mit Multi-Kill und, und, und... ...und mit irgendwelchen Erfolgen wirst du zugeballert. Was ich persönlich immer ziemlich geil finde. Das gibt dem Spieler auch so ein bisschen so... ...ah, jetzt habe ich mir was Geiles gerissen, oder so. Und Rewards, ja, ihr seht das ja. Und hier extra GP, dann hast du nicht gesehen. Ah, das kann doch nie wahr sein. Boah, Junge, aber... ...ich finde schon, dass die Fähigkeiten teilweise schon ein bisschen krass sind, ne? Ein bisschen gut einsetzt. Ja, aber... Können die anderen ja auch machen, also. Ist ja jetzt nichts Unfaires. Wo sind sie denn? Auch ziemlich groß, Teamwork, muss ich sagen. Ich bin mir noch nicht sicher, ob... ...anvisieren immer eine gute Idee ist. Da gerade auf jeden Fall nicht. Aber wir fangen ja auch gerade erst an, ja? Ich spiele das... ...hat das höchstens 10 Minuten gerade... ...ah, guck, siehst du... ...der hat schon mal harkassiert. Wie stehen wir denn? 8-8? Naja, könnte schlechter sein. Muss ich auch sagen... ...i habe lange keinen Command Arms mehr gespielt. Ah, da kommen sie zu zweit. Scheiße. Oh, der hat uns schon dreimal gekillt. Ein Wichser. Oh, die kriegen wir auch. Oben? Ja, man kann sich sehr viel auch in seine... ...wie man da gerade gesehen hat, hatte der ja auch eine Flashlight an seinem... ...seine SMG. Oh, der hat einen Hedgehog kassiert. Wenn man sich sehr viel an seinen, äh... ...Waffen ranballern, so wie von Battlefield da... ...Laser und... ...Pierre... ...Double Kill. Ah, scheiße. Und ah, so ein Shit kannst du dir da alles dran basteln. Natürlich gegen... ...Geld. Also nicht gegen echtes Geld, sondern Spielgeld. Ich kann auch noch nicht sagen, ob das... ...da wird es ja bestimmt wieder Sachen zu kaufen geben, wie in Combat Arms auch. Also im ersten Teil. Ich kann nicht fragen, ob das dann irgendwie so ein Pay-to-Win-Game wird, oder... ...die das alles im Rahmen hält, oder... ...was ich aber auch gehört habe, dass Nexon jetzt... ...auch wenn... ...das neue Combat Arms First... ...ich hab schon wieder den Namen vergessen... ...ich sag, ich nenne es jetzt in Combat Arms 3... ...released, wollen die trotzdem noch Combat Arms 1 am Laufen halten. Also nicht, dass die alten Spieler sich jetzt hier Gedanken machen müssen... ...das wird jetzt nochmal so weiterlaufen. ...das ist natürlich nur ne Frage, wie lange. Ach, von da oben... ...ah, jetzt hab ich das gesehen, alles klar. Oh, was kann ich hier denn? Oh, kacke, ey. Das ging ja mal... ...ah, da... ...double kill. Aua, au, 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 aua. Und wo kann man da... ...is... ...is schon ne ziemlich witzige Map. Ich kann mir nur vorstellen, wenn hier die Hardcore-Sniper kommen... ...dann wird das für... ...die anderen Spieler gar nicht mehr so witzig. ...ah, ist doch schon ne... ...ziemlich offensichtliche Sniper-Map. Und da haben wir den Multi-Kill. Nein. Ultra-Kill. Mag ich hier noch ein Fantastic-In? Oder ist das hinter uns? Hinter uns ist... ...das war einer von unseren eigenen... Oh, der hat Spawn-Schutz. Oder Base-Schutz, ich weiß gar nicht, was er da hat. Boah, ich brauche mal ne neue Waffe... ...und meine Money geht nämlich aus. Das ist natürlich nicht so geil. Na, komm. Unbelievable. Nun werden wir hier auch hart attackiert. Mein Gott, geh doch um die Ecke. Geh doch um die Ecke. Oh, wir sind auf dem ersten mit 19 zu 12. Aber nice. Ja, wie kommen wir hier denn jetzt runter ohne den Schuss? Aua, das war ganz... Aua. Komm, hier muss doch irgendwo ne Waffe rumliegen. Das kann doch nicht wahr sein. Die Schüsse und so sehen auch ziemlich witzig aus. Also das ist... ...und sich gar nicht schlecht gemacht. Also für ein Free-to-Play-Game, ne? Ist klar. Na, jetzt gleich nochmal in der Ecke. Dann sollte ich meinen... Oh, eh, eh. Nimm ihn doch. Oh Gott. Das ist aber noch ein bisschen sehr hakelig. Hau mal, nice. Jetzt kommen meine... ...Sniper-Skills. Guck mal. Oh, shit. Wandern. Ja, da war's. Wie ist das? Ja, komm, guck da nochmal. Putt, putt. Oh. 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 Oh Gott. Oh, der hat mich abgeschossen, mal. Oh, was mach ich hier eigentlich? Ich... ...krieg hier nicht richtig in den Lauf rein. Okay, von wo kamen die jetzt so weit von? Den hab ich. Weiß halt noch nicht so, von welchen Ecken die jetzt... Jetzt könnte hier nämlich auch, glaub ich, was kommen, oder? Oder nicht? Ich weiß es nicht. Ah, ne, hier scheint es zu Ende zu sein. Können wir das denn auch so? Oh, das... Oh, 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 oh. Das fand der gar nicht so geil. Oh, oh, oh. Ach, jetzt spawnen unsere da wieder. Okay. Müssen die ja jetzt hier irgendwo kommen, oder nicht? Irgendwo hier? Nö. Ah, da spawnen die. Ich glaub, die Sounds sind noch ein bisschen verbuggt. Ich mein, ich muss die Schüssel doch da hören, oder... Ob ich da jetzt irgendwas... Das kann ich ja nicht. Wie man noch sehen kann, kann man, wenn man in den richtigen Moment nochmal Reload drückt. Seine Reload-Zeiten verkürzen. Oh, das find ich gar nicht. Du solltest mich nicht... Nicht mich abballern, Vogel. Oh. Mama. Und so muss ich sagen, gefallen mir die Sounds sogar. Das ist irgendwie kein Vergleich zu denen aus dem ersten Teil. Und das war's schon. Oh, und wir sind auch noch MVP. Nice. Das gefällt mir. Ach so, vom Interface, wenn man das gleich nochmal wieder sieht, muss man echt sagen, das sieht schon ganz schübsch aus. Hübsch aus. Ah, eben einen Schluck trinken. Nice, was haben wir gekriegt? Schon Level 3. Ich hab gar nicht so lange gespielt. Ach, das ist die XP und das ist irgendwie Bonus. Und das, so viel, ähm, das ist die GP-Anzahl. Ja. Die Ingame-Währung. Genauso wie aus, äh, dem ersten Teil, da war es auch GP. Ich würde sagen, oh, die sieht ja ganz nett aus. Spiel doch einfach mal weiter. Oder? Warte. Können wir uns noch was für unsere M4... Jetzt haben wir hier unsere M4. Offertopf. Was können wir uns da denn machen? Laser. Ja. Side. Nee, Bottom. Nee, ich will das aber nicht drin haben. Weil ich nicht, dass ich das nachher kaufe. Optics, genau! Das ist doch schon mal. Haben wir nicht irgendwie Rotpunkt? Ist das Rotpunkt? Das ist... Aha, das ist sowas. M-Pro. Oh, das ist richtig so ein hartes. Was ist das denn? Oh ja, sowas wäre zum Beispiel ziemlich geil. Haben wir gerade 10.000 verdient. Permanent. Gut. Kaufen wir uns das doch. Wir gehen jetzt zurück in die Lobby. Drücken Ready. Und warten drauf. Wie kann man sein? Change Profil Image. Ja, das kann ich demnächst auch mal machen. Man kann das auch direkt mit Facebook verlinken. Aber so ein Fan bin ich nicht, dass ich jedem meine eigenen, meine privaten Daten da rüber schicke. Das muss ja nicht sein. Wir können dann wahrscheinlich auch noch dich stalken und so. Hören wir bloß auf. Okay, ist das jetzt ein Gegner oder ist das ein... Das ist jetzt einer von uns. Der ist ja auch logisch. Wipe the enemies out. Ja, dann lass das mal machen. Mission start. Und wir spielen. Shipyard. Ich hab's gesagt. Ich weiß gar nicht, wie die Mepa ist. Oh, der hat erstmal Hacker zu... Oh, da haben wir aber zwei ganz schnelle Headshots rausgehauen. Blendet uns auch noch mit dem Ding, oder was? Können wir den jetzt nicht angreifen, weil er gespawnt ist, oder weil er da an der Base nicht abgeboldet wäre? Ja. Ich würd das ja gar nicht mal so schlecht finden, wenn's kein Base Rape gibt. Das hasse ich eigentlich immer wie die Pests. Achso, ja. Ist klar. Oh, ja, das war ein bisschen zu forsch. Scheiße. Oh, da ist einer. Bleib doch stehen. Bleib doch stehen! Oh Gott, das war aber nicht gerade gut geahmt. Egal, was du da gemacht hast. Das war dumm, das stinkt sogar. Auch cool, wie an der Seite dann steht, wie viel Schuss du gerade so verballerst. Müsst du langsam da sozusagen hinter mir. Ach, Kacke, da gibt er mir einen Header. So ein Dreck. Ich habe auch noch keine Ahnung, was gute Waffen sind und so. Wie gesagt, gerade angefangen. What the fucking hell ist das? Irgendwie find ich das schon geil. Das würde ich aber cooler finden, wenn man das nicht so lang als Killstreak erarbeiten muss. So wie ein Call of Duty. Nicht, dass man das immer mal parat hat. Ich glaube, das ist eine ganz normale. Ich glaube, die ist wieder mega stark. Ich fand die auch am ersten Tag. Nicht stark. G36. Da gibt es ganz viele WG-36. Oh, können wir die nicht aufnehmen? Durch die hier nicht gehen? Da liegt doch mal einer. Hier ist mal einer. Das Geräusche in einem Headshot-Verteil, diese Vlong. Ist schon geil. Komm, wir mal zurück. Ach, fuck, Alter. 8 HP am Arsch. Das sah witzig aus. Da kommt hier von der Darmus zu einer. Alter. Scheiße. Satellite Strike. Ach, so fühlt sich das auch an. Ach, so fühlt sich das auch an. Ach, so fühlt sich das auch an. Alter, Aua. Hatte nichts mehr, ey. Ach, kippt mich der von der anderen Seite. 10, 8. Wow. Der hat ausgeteilt. Wow. Oh, aber mit dem letzten Schuss. Weckenett. Haha. Ich hab einen dicken Header gefressen. Oh, shit. Ach, leck mich hart am Arsch. Was ist das hier? Ach, so. Es ruckelt gerade auch so ein bisschen ab und zu. Ich weiß nicht, ob das jetzt daran liegt, dass das noch nicht optimiert ist oder daran liegt, dass ich nebenbei auch noch aufnehme. Ich denke ja, dass ich da noch dabei... Ja. Liegt noch damit dran, dass ich auch noch aufnehme. Oh, da hab ich das. Oh, shit. Oh, shit. Aber... Soll ich mich auch nicht mal so beschweren? Manchmal treff ich auch echt gar nichts. Das ist echt der Hammer. Komm mal, nicht hier. Schade. Ja, komm. Verstehe auch nicht, wenn da jetzt so ein Headshot-Zeichen mit drin ist. Habe ich dem mal einen Headshot gegeben? Aber ich habe ihn leider noch nicht gekillt oder wie ist das? Das schicke ich auch noch nicht so ganz. Ganz gut. Oh, da habe ich zwei gekillt. Es gibt noch Daily Missions. Mal gucken auf M. Dämmen bisschen 10 Minuten. Oh, das geht. Ja, das ist ja machbar. Boah. Oh. Oh, scheiße. Da bin ich nicht umgedreht. Ich will auch immer viel zu schnell nachladen. Ups. Was war die falsche Taste? Was war die falsche Taste? Scheiße, den zwei habe ich nicht mehr gekriegt. Die haben hier einen dreckigen Headshot verpasst. Un-Believer-Wars Sehr gay Das war nicht schlau Ach, da kommt die hoch Alles klar Nee, ist klar Hier gibt's den Zack, der nächste Ja, ich weiß, was Pyro macht Was ist das? Oh ja, kann man hier, kann man nicht, schade Scheiße Ich dachte, das hätte ich noch Ach nee, der ist schon tot Oh, was ist das? Oh, was ist das? Ach, wie war Komm, komm, kriegen wir jetzt auch noch mal eine Unbeliebe Ich stelle mich aber auch, glaube ich, gerade da nicht sehr klug hin Alter, der Sound ist echt mies Shit Schade Was macht der denn da? Vielleicht liegt das auch daran, dass so viele Aua Leute hier gerade drauf schimpfieren Dass das nicht so flüssig läuft Ich weiß es dann Das läuft auf jeden Fall gerade Nichts Flüssig Mama Mal durchrennen, Alter Ja, und das war's schon wieder Ich glaube, wir sind schon wieder MVP Nee, Sergei Na ja Dann ist es halt Sergei Sehr geil Ja, nice Ja, ich würde sagen, das war's erstmal mit der ersten Episode Ich denke, mir werden noch einige Folgen Einige Folgen folgen, ja Und wir haben ein Level abgemacht Nice, Level 4 Ja, und ich würde mich einfach freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder mit dabei seid Wenn es wieder heißt Kommt abends mit dem Tobi Tschö, Möde